Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video und auf unserem Kanal sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item-Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wie ihr wahrscheinlich auch hören könnt, haben wir ein neues Mikrofon am Start. Und ja, und auch wie immer muss ich auch in diesem Video Werbung machen. Wer an GTA interessiert ist, hier oben rechts in der Info-Code ist mein GTA-Kanal verlinkt. Und ja. An alle Leute aus der Schweiz, wenn ihr das seht. Ja, ich habe ein Video hochgeladen, kann ich auch nochmal verlinken. Zürich, Mercedes-Benz, 6.9. Event, könnt ihr gewinnen. Musst ihr mal einfach in das Video reinschauen. So, wir gehen jetzt aber los im 4. September. So, wir fangen an bei, bei wem von meinem Mann? Wir fangen mal bei den magischen Sprengen an. Übrigens, aber weißt du, wie teuer das Teil eigentlich ist? Ja. Knapp 80.000 Euro kostet der. 100? Naja, nee, ich habe gesehen, die Version 80.000 rum. Okay, also wir haben hier die magischen Sprengen. Magische Sprengen von 1200, wie war's? Ja, die kriegen von mir 7, äh, 7 von 10, 10 von 10. Von mir 9 von 10. 4,35 von 5 bei 49. Wolls, das haben 16. November 2018 im Shop gewesen. Soll im 11. Mal und seit 63. Wolls. Fitnessrunde. Ja, ziemlich cool. Erinnert mich immer an einen damaligen Mitarbeiter von mir, der das mal versucht hat, einem Taubstummen zu erklären, was er so macht. Dann ist er auch so rumgehüpft da, das sah ähnlich aus. So, für 500 Vivax, 9 von 10. Von mir, äh, 10 von 10. Fitnessrunde, Work-It-Out, hat eine Minute von 3,75 bei 26 Wolls, das ist am 13. August 2018. Im Shop gewesen, der neunmal und 970 Reminders, äh, Sonnenblume. Die Sonnenblume ist so unfassbar hässlich. Das ist eine der hässlichsten Skins, die es überhaupt nicht im ganzen Spiel gibt. Äh, 3 von 10, ja. 3,4, 6 von 5 bei 35 Wolls, das war am 36. März 2019. Im Shop gewesen, so dem 6 mal und rein. Aber stoppen, weißt du, was ich ganz cool finde? So mal ganz kurz an diese Maiskolbengranaten, die finde ich cool. Ja, ähm, Vector. Der Vector, ja, der ist cool. So mal bitte an den Rand und drehen wir mal kurz ein bisschen so. Na, wohl, aber ich finde jetzt, äh, es geht. 7 von 10, ja, auch 7 von 10. 2,555 bei 22 Wolls, also am 9., der 11. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 mal und 4 Reminders. Äh, wir kommen zur Chromatik. Chromatik kriegt von mir eine Benutung von, ja, mehr als, mehr als 5 von 10 kann ich ihn leider nicht geben. Ja, ich auch nicht. 4 von 10 sogar. 300 Übers. 4,37 von 5 bei 19 Wolls, also am 22. Februar 2019 im Shop gewesen. Wir müssen aber mal kurz mal durchklicken bei der Chromatik wenigstens, also dass man jetzt mal kurz alles gesehen hat. Oh Gott. So schrecklich das Teil. Ja, das letzte haben wir ja schon gehabt. Ja, hat einfach nur eine Belotung von 2,7 von 5 bei 10 Wolls und 5 Reminders. Einschlaghammer, das war auch schon, das war, glaube ich, schlecht gestern, naja, das war mir auch schlecht. Ähm, die hat eine Belotung von 1,655 bei 2 Wolls, äh, 2 Reminders. Ja, braucht sich nicht zu überwollen, warum man den nicht auf dem Shop findet. Aura, Aura, kriegt eine Belotung von mir von 7 von 10. 6 von 10. 4,46 von 5 bei 63 Wolls, erst mal am 8. Mai 2019 im Shop gewesen, der 8. Mai ist ja bekannt. 4, seit dem 4 Mal 97 Reminders gilt, gilt, kriegt von mir eine Belotung auch von 7 von 10. 7 von 10, ja. 3,57 von 5 bei 30 Wolls, erst mal am 8. Mai 2019 im Shop gewesen, sind 4 Mal und 21 Reminders. Dann sind wir auch mit dem Set fertig, und wir kommen auch direkt schon zum Kunia. Kunia, finde ich ganz nice, 8 von 10. Äh, 9 von 10, 4,38 bei 66 Wolls, 1916, 2019 im Shop gewesen, seit dem 7 Mal und 218 Reminders. Das ist der Wegbling. Nämlich da hinten, das ist cool, es kam vorher raus, bevor die das erste Mal zur Erntewerkzeug rausgebracht wurden. Kenji. Kenji, äh, auch 7 von 10. 5 von 10. 3,37 von 5 bei 41 Wolls, das war erst mal am 16. März 2019 im Shop gewesen, seit dem 6 Mal und 33 Wolls. Die Klauen, die Klauen, kriegen von mir eine Belotung von, warten wir mal, schauen wir mal da drauf. 7 von 10. 4,07 von 5 bei 14 Wolls, erst mal am 19. Juni 2019 im Shop gewesen, seit dem 3 Mal und 35 Wolls. Und der ist mega geil, der Fall. 10 von 10 für 15 Wolls, 4,155 bei 39 Wolls, erst mal am 12. April 2019 im Shop gewesen, seit dem 5 Mal und 26 Wolls. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem neuen Emote, den Chitterpack. 7 von 10. Ja, passt auch von mir, 7 von 10. 5 von 5 bei 1 Wolls und 33 Wolls. So, jetzt verwerten wir den Shop. Der Shop geht von mir ganz klein jetzt mehr. Mehr kann ich dem leider nicht geben. Weil Fitnessrunde ist gut, Vector ist in Ordnung, magische Schwingen ist gut, Sonnenblume ist schlecht. Eigentlich sogar eher, ich sag, komm, wegen 2 Items, ich sag, hey, na, wegen dem... Ich gebe ihm jetzt mehr. Also es sind, sag ich mal, 2, 3, 4, 5, die Hälfte, die Hälfte ist wirklich Schrott, die andere Hälfte ist okay. Ja, wohl, ich geh ein Hater, komm, ich geh ein Hater. Ja, komm, ich bin mit dabei, Hated. 29 Love It, 907 It's Me, 2040 Hated. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen zweiten Kanal, wenn ihr an GTA-Content interessiert seid. Bis dahin, äh, justin zu Zorogradio, so voll wie euch die V-P-Sendern an.